Willkommen zurück zu einer weiteren leidensintensiven Folge Alone in the Dark. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Bewerten und kommentieren, um das Ganze hier ein wenig zu unterstützen. So, wir sind hier stehen geblieben. Hier war alles gelootet. Die Tür ist fake. Wir müssen nach oben. Ganz nach oben. Moment, wir schauen auch in jede Ecke rein. Nicht, dass wir irgendwas Wichtiges übersehen. Ich erkenne diesen Raum. Aber dort habe ich sie nicht gefunden. Ich muss ihnen gefolgt sein. Aber wohin? Eine Visitenkarte. Die Tür geht von alleine zu. Maximal unheimlich. Telefonverzeichnis. Okay, jetzt müssen wir die wieder sortieren und ein bisschen Detektivarbeit machen. Warte mal. Ah, hier ist das Hotel. Das ist De Seto. Telefonrechnung. Hier ist das Hotel. Hier unten ist die Galerie. Wird da noch irgendwas? Ich schaue mich hier mal um. Ich meine, so viele Arrangier-Möglichkeiten haben wir ja nicht. Das ergibt ja keinen Sinn. Ne, das muss schon hier hin. Boah, ich habe wieder nicht gesehen, dass man die Dinger hier unten umdrehen kann. So, und jetzt muss es hier hin. Das stimmt. Er war auf der Flucht. Er hat sein altes Leben in New Orleans hinter sich gelassen, um in Tallahassee etwas Besseres zu finden. Er nahm seine Tochter mit. Gegen den Willen ihrer Mutter. Darum hat sie mich angeheuert. Aber ich habe ihn aufgehalten. Bei der Pearl River Bridge habe ich ihn eingeholt. Bekomme ich hier gar keine, ähm... Das Dell erwartet Karte. Nö. Nichts Neues. Moment mal, aber eben hat sie wieder gesprochen. War da doch was Neues? Nö. Das haben wir alle schon gehört. Dass hier gar keine neuen, äh, Notizen mehr reinkommen, die man vorgelesen kriegt. Tja, was hast du vergessen, mein Freund? Pearl River. Was für eine Drecksgegend. Was für eine Drecksgegend. Ah, erinnert wirklich so ein bisschen an Angel Heart, ne? Kann ich leider nichts zu dem Film sagen. Ist einer der besten Filme überhaupt. Also wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Angel Heart mit Mickey Rook. Und Robert De Niro. Ein Film, wo ich behaupten würde, den sollte man sich mal angucken. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber großartig. Leider gibt es solche Filme nicht mehr in diesem Genre. Und auch mit dieser Inszenierung und... Die musikalische Untermalung. Auch hier wieder dieser bedrohliche Jazz und so. Ich finde das... Absolut großartig. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe so viele Richtungen. Moment, bin ich jetzt wieder... Was? Ich bin im Kreis gelaufen? Wie ist das nur möglich? Ich bin wirklich im Kreis gelaufen. Aber da oben gab es ja nicht noch irgendwie eine andere Abzweigung dann, die mir wirklich was Neues offenbart? Okay, warte. Hier geht es dann zur Brücke hin. Blut. Überall Blut. Oh nein. Es war die ganze Zeit über sie. Ich habe dich tatsächlich nicht erkannt. Ich sah damals etwas anders aus, nehme ich an. Ist irgendwas davon wahr? Was meinen Sie? Dieser Tag, der... Es passiert so viel. Ich kann... Ich habe wohl den Kopf verloren. Soll ich mich entschuldigen? Ich meine... Es tut mir leid. Ich denke, ich kann das auch nicht erklären. Du bist nur ein Kind, Grace. Es tut mir sehr leid. Ich wollte das alles nicht. Lügen. Mehr Lügen. Nein, im Ernst. Ich dachte, es wäre richtig, dich zu deiner Mutter zu geben. Ich wusste nicht. Ich... Ich konnte nicht wissen, dass sie sich nicht... ...um dich kümmert. Ich weiß nicht, wie das geht. Was soll das? Eine Art von... Schuldeingeständnis. Vielleicht Akzeptanz. Der Schattenmann will es so. Ich schätze, dann sehen wir zu, wie mein Vater wieder stirbt. Du denkst, dass er lebt? Ich weiß es. Er ist da unten, voller Angst, nicht rauszukommen. Dass er wieder mit seiner Tochter ertrinkt. Was sagst du da? Wir müssen ihn retten. Wir? Machen Sie das selbst. Ich bin da unten bei ihm, wie Sie wissen. Kann ich Sie wirklich retten? Es ist... Karnby hatte ihren Wagen von der Straße gedrängt. Er hatte Grace aus dem versinkenden Auto gezogen, aber ihren Vater ertrinken lassen. Er hätte ihn retten können. So viel Zeit wäre gewesen. Aber er entschied sich dagegen. Stattdessen brachte er Grace zurück nach New Orleans und sammelte seinen Lohn ein. Alles so lange her. Ich muss einen Weg finden, um dort runterzukommen. Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Es gab bei dem Haus ein Boot. Dort, wo ich reingekommen bin. Wenn ich die Brücke heben kann, sollte ich zum Auto kommen können. Also ist er auch irgendwie ein Dreckskerl, ne? Vielleicht nicht der Schlimmste von allen, aber er ist ein Dreckskerl. Er hat den Mann einfach ertrinken lassen. Er hätte ihn retten können. Und er säuft. Wahrscheinlich... Ah, deswegen säuft er Schuldgefühle. Und ihre Mutter war anscheinend ja ein Monster. Oh, nicht gut. Nicht gut, Alter. Was ist das hier? Okay. Ah, Freunde, hm? Bada bims, bada bums. Muss ich mich hier beeilen? Das hat irgendwie so'n... Du hast nicht viel Zeit Charakter. Okay. Alter, nochmal hier hin. Also. Now. Jetzt sollte ich das Boot unter der Brücke heben. Wow. Wow, 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 wow. Boah, es rückelt auch wieder wie Sau. Tja. Ah, dieses Spiel. Schade, dass wir die Optimierung des Spiels so versemmelt haben. Ah! Elender Blutsauger! Alter, die nerven hardcore, die Viecher. Irgendwo ist noch einer hier unten. Okay, war's das jetzt? Nur, nur. Müssen die alle sterben? Können wir keine neue Waffe nehmen? Noch irgendwo einer oder was? Können wir jetzt enden oder kommen hier unendlich viele? Ich finde einen Weg, die Brücke zu heben. Jetzt müsste es ja gehen. Lagert sich beruhigt. Hab ich die Brücke gehoben? Okay, wie komme ich jetzt hier runter? Tja, einfach runterspringen ist wohl keine Option. Dann irgendwo hier drüben. Alright, let's go. So, einmal. Und zweimal. Oh nein, 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 nein. Irgendwelche Schlammgule kommen jetzt. Ich renn' einfach weg. Hier war ich noch nicht. Ein Schatz? Toll. Okay. Oh, wo, 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 wo. Oh, nicht gut. Nicht, no, nicht. Gut. Oh, nee. Alter, ich komme hier nicht raus. Ja, ich sollte eigentlich das Maschinengewehr einsetzen, aber ich hatte jetzt schnell die Shotgun gebraucht. Die ist im engen Raum. So, das war nur ein optionales Ding hier drüben. Let's go to the boat. Das Spiel will mich unbedingt tot sehen, ha? Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Was geht hier vor sich? Sehen Sie sich das an? Tut mir leid, Mrs. Thompson. Ich sollte Sie des Hauses verweisen. Jetzt gehen Sie! Hey, Detective. Mr. Carnaby. Ich mache mir Sorgen um Sie. Mir geht's gut. Ich muss nur eben kurz durchatmen. Dieser Ort, er... Es sind einige sehr verwirrte Seelen hier. Und ich meine nicht nur die Patienten. Ich habe darüber gelesen, dass Darcedo einen verstörenden Einfluss auf Menschen hat. Das erklärt vielleicht ein paar... Dinge. Was? Sie ruhen sich aus, okay? Ich muss einen Weg in Dr. Grays Wohnung finden. Ich will wissen, was er verbirgt. Emily? Keine Sorge. Ich hab's fast. Ich bring alles in Ordnung. Seien Sie vorsichtig. Okay, sein Traum ist ja sehr persönlich. Hat sie dann auch eine persönliche Geschichte hier? Ich meine, sie muss ja dann wirklich komplett andere Dinge erleben. Zumindest zum Teil. Carnaby hatte ihren Wagen von der Straße gedrängt. Moment, hier steht hier 14? Hä, ich bin verwirrt. Der Schattenmann hatte Carnaby dazu gezwungen, sich den Erinnerungen an Grace und ihren Vater zu stellen. Wie er ihn an der Brücke über den Pearl River von der Straße gedrängt hatte, um dann sein Kind zu stehlen, während er ertrank. Dann hatte er Grace ihrer Mutter übergeben, weil das sein Job gewesen war und man einen Job nicht hinterfragte. Man nimmt das Geld und besäuft sich. Als Carnaby langsam sein Trauma zu akzeptieren begann, fragte er sich, warum es seines war und nicht Jeremy's. Okay, irgendwie sind die... Die Notizen durcheinander. Okay, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall durcheinander gewesen. Da gehe ich nicht rein. Sie hat eindeutig genug von mir. Was kommen denn jetzt alles für Notizen? 17? What? Was? Detective Carnaby war nicht klar, ob er irgendetwas bewirkt hatte. Aber hatte das eindeutige Gefühl, dass er Fortschritte machte. Das Dampfschiff musste das gewesen sein, worauf sich die Selbsttäuschung bezog. Und die Sache mit Grace war eindeutig psychologisches Trauma. Aus den drei Schritten im Vertrag des dunklen Mannes blieb nur eine Sache übrig. Manisches Verhalten zügeln. Carnaby war das Rätselraten leid. Es war an der Zeit, Dr. Gray in seiner Wohnung aufzusuchen. Detective Carnaby war nicht klar, ob er irgendetwas bewirkt hatte. Aber hatte das eindeutige Gefühl, dass er Fortschritte machte. Das ist dasselbe nochmal. Der Schattenmann hatte Carnaby dazu get... Okay, das ist das alte... Keine Ahnung. Keine Ahnung, was hier wieder alles broken ist in dem Game. Jetzt kriege ich noch eine. Jetzt bin ich bei 18. Detective Carnaby war nicht klar, ob... Jetzt kriege ich das X... Okay. Egal. Leute. Irgendein Bug. Wo ist die Wohnung von dem alten Sack? 19. Mhm. Wo war die dann? Die Wohnung geradeaus. Ich will immer mit B rennen. Wegen Rise of the Ronin. Ich wundere, warum ich mal den hier mache. Weil ich... So viel Rise of the Ronin gespielt habe, dass ich da immer denke, dass die... Die Tasse, die man drücken muss, damit der Charakter sprentet. So. Moment. Die erste Tür. Oh, wie sieht das jetzt alles so aus? Jetzt hätte ich zu viel Schaden genommen. Moment mal, hier ist... Ach, ich muss hier um die Treppe herum. Ich sag ja, das ist so ein... Labyrinth. Detective, bin ich froh, Sie zu sehen. Schließen Sie bitte die Tür ab. Ich glaube nicht, dass Dr. Gray davon begeistert wäre, dass wir hier herumschnüffeln. Was geht hier vor sich? Das fühlt sich alles so seltsam an. Detective Karnby fühlte sich distanziert von sich selbst. Wie betrunken am Steuer zu sitzen und sich übervorsichtig durch die Umgebung zu bewegen. Was zur Hölle ging hier vor sich? Verlor er nun endgültig den Verstand? Immerhin war Emily hier, um die Polizei zu rufen. Sollte er endgültig durchdrehen. Die Vergangenheit jetzt als Geschenk. Bekomm mal, was du willst. Falsches Buch. Soll das so eine Hommage an die alten Teile sein? Weil so sah ja früher die Optik aus in diesen Spielen. Was liegt denn hier unten? Die ganze Welt ist Bühne. Okay. Auf der Seite ist nichts. Also eigentlich muss man es auch hier zweimal durchspielen, um zu wissen, was Emily alles so durchlebt wird. Ich glaube, im Groben ist die Story natürlich dieselbe. Ich glaube, ich fange an zu verstehen. Dr. Gray arbeitet hier mit einer Art Massenhysterie. Aber... Oh Gott, die Steuerung. Original so grausam, wie sie früher war. Moment, hä? Hier. Hier rein will ich mit dir. Ja, ich bin froh, dass die Spiele heute nicht mehr so sind. Viele sagen ja, nein, das ist der Purismus. Das einzig Wahre. Du, nix haben Ahnung. War das die ganze Zeit über schon da? Ja, Mensch, die hängen ja noch auf dem Alpen. Und ich kenne auch so Leute, die spielen immer noch auf einem Commodore und so ein Kram, weil sie sagen, das ist Gaming in reinste Form. Das, was ihr heute spielt, das ist alles Satan. Was haben sie da über Massenhysterie gesagt? Der Sado scheint einen geisteszersetzenden Effekt auf alle zu haben, die in der Nähe leben. Es hat eine Vorgeschichte mit Kulten, die hier entstanden sind und eine Naturgottheit angebetet haben. Sogar der Name der Sado bezieht sich auf einen Kult, der vor dem Bürgerkrieg hier wirkte. Der Sado war der Name einer antiken Fruchtbarkeitsgöttin, die in Syrien angebetet wurde. Dr. Grey und seine Freunde scheinen allerdings, die schwarze Ziege der Wälder mit den tausend Jungen vorzuziehen. Und dieser Name kann nur dem verdrehten Verstand meines Onkels entsprungen sein. Ihr Onkel ist Lovecraft? Schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Mr. Hartwood. Ich bin wegen Ihres Bruders Philipp hier. Sie haben mich erwartet, nicht wahr? Ja, Sie kommen aus der Sado, richtig? Das stimmt. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob ich Ihnen oder Ihrer Familie noch helfen kann. Okay. So wie ich das verstanden habe, haben Sie eine lebhafte Fantasie. Sie denken sich so manches aus. Ich schätze schon. Und dann steigern Sie sich da rein. Die Realität verschwindet mit der Fiktion. Manchmal. Wollen Sie mir vom Schattenmann erzählen? Nein. Nein, will ich nicht. Das ist in Ordnung. Vielleicht können Sie mir etwas anderes erzählen. Etwas, von dem Sie wissen, dass es nicht real ist, aber das Ihnen wichtig ist. Juan? John? Wer ist John? Nein. Juan Luis Roche. Warten Sie kurz. Hier. Schauen Sie sich das an. Ist er... Oh. Ist er der Autor? Es ist ein wunderbares Buch. Es hat mein Leben verändert. Der echte Juan ist schon lange tot, aber ich stelle mir gern vor, er sei mein Freund. Mein allerbester Freund. Verstehe. Machen Sie das oft? Also über Leute fantasieren, über die Sie lesen? Nein. Na ja. Es gibt noch... Jacob. Wer ist Jacob? Schlagen Sie die letzte Seite auf, Doktor. Oh, ein Zeitungsartikel. Der Gefangene aus dem Eis. Jacob van Osterd. Das ist also Ihr guter Freund. Oh nein, Doktor. Ganz und gar nicht. Er ist das Feuer, mit dem man Feuer bekämpft. Ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass Ihre reizüberflutete Vorstellungskraft, Ihre Manie, behandelt werden muss, damit Sie ein normales Leben führen können. Ich weiß, dass Ihre Familie es den Hardwood-Fluch nennt. Aber seien Sie versichert, an Ihrem Zustand ist nichts Übernatürliches. Das ist alles nur in Ihrem Kopf. Und das ist genau mein Spezialgebiet. Eine Heilung ist möglich und zeitlich absehbar. Zeitlich absehbar? Ja, es wird eine Zeit geben, in der wir Ihnen alle Dämonen ausgetrieben haben. Alle Schattenmänner. Ja! Bitte, Mr. Hartwood, beruhigen Sie sich. Was ist passiert? Oh, zerbrechen Sie sich darüber nicht Ihren süßen Kopf, Miss Hartwood. Ihr Onkel und ich hatten gerade unseren ersten Durchbruch. Hm. Die Spuren auf dem Boden sehen aus wie Talisman-Positionen. Aber aus welcher Richtung sollte ich sie mir ansehen? Wie jetzt aber gar nichts? Der Schlangendolch. Eine Monografie von Jael Klein. In Ludwig Brinds Buch über heidnische Rituale mit dem Titel Geheimnisse des Grabes, übersetzt von Nikolaus Wache, finden sich mehrere Verweise auf einen Opferdolch, der Schlangendolch genannt wird. Lange hielt man dies für eine schlechte Übersetzung des Originaltextes. Dass es angemessener wäre, ihn Wurm durchzunennen, in Anlehnung an den lateinischen Vermes Kultrum. Das scheint nur sinnig angesichts der jüngst einig festgestellten Erkenntnis, dass der Titel von Prinz Buch, De Vermes Mysteris, wörtlich als das Geheimnis des Wurms zu übersetzen sei. Dennoch würde dies Wachis große Anstrengung schmälern, die zugrunde liegenden Bedeutungen der Worte zu übersetzen und verschiedene kulturelle Glaubensinhalte zu enthüllen. Obwohl Prin den Begriff Wurm mit Sicherheit als Symbol oder Sönigdoche für den Tod und die Toten verwendet hat, was durch den Inhalt des Buches verdeutlicht wird, sollten wir im Falle des Dolches doch die Übersetzung nicht so hastig verwerfen. Nach dem Lesen der Korrespondenz von Wachis mit seinem Patron scheint es, als hätte Wachis mehr als nur den lateinischen Text vorliegen gehabt. Wachis hatte Prinz Verwandte ausfindig gemacht und mehrere historische Texte finden können, auf die Bezug genommen wird. So wie einen tatsächlichen Schlangendolch. Der Dolch wurde auf die frühe mittlere Dynastie des alten Ägyptens datiert und hatte eine so eindeutige Wellenform, dass Wachis sogar überlegte, ihn die sinusoidale Klinge zu nennen. Mit dem Wissen um den gesamten Zusammenhang scheint es nur naheliegend, warum er beschloss, es als Schlange und nicht als Wurm zu übersetzen. Es gibt mehrere Gründe, warum uns diese Wortwahl dabei hilft, die Heiden zu verstehen, die Prinzbuch zu beschreiben versucht. Die symbolische Bedeutung der Form wird offensichtlich, wenn man sich dem Einsatz der Klinge widmet. Im Abschnitt zu Besessenheit und Exorzismen finden wir, der Schlangendolch vergiftet den Vergiftenden im Opfer und führt so zu Frieden. Wo der wörtliche Text uns sagen mag, dass der Wurmdolch den Dämon überwindet, der das Opfer plagt, so sagt er uns nichts zu dem Grund dafür. Nur, dass der Dolch aus irgendeinem Grund gegen den Dämon gewinnt, als habe er eine bessere Hand im Poker. Wachis Übersetzung erlaubt es uns, der zugrunde liegenden Logik der rituellen Magie zu folgen, die hier durchgeführt wird. Vergifte den Vergifter erinnert an Feuer mit Feuer bekämpfen. Dass der Priester, um den Dämon im Opfer zu verletzen, ihn mit einer Macht bekämpfen muss, die dem Bösen vertraut ist. Schlangendolch ist daher nicht nur eine gute Beschreibung der Form, sondern hilft uns auch beim Verständnis dafür, wie er als nützliches Werkzeug für einen Exorzismus gesehen werden konnte. Und schlussendlich hilft es auch unserem Verständnis für ihr Verhältnis zum Wahnsinn. Dass er als eine Vergiftung des Geistes verstanden wurde und weniger als etwas, das ihn kontrolliert. Man sollte auch den faszinierenden Fakt festhalten, dass die Besessenen immer als im Kopf und nicht im Herzen vergiftet galten. Der Schlangendolch wurde immer durch das Auge des Besessenen eingeführt. Was zur teilweise Blindheit führte, sollte er das Glück haben zu überleben. Teilweise, okay, also verliert man ein Auge. Auge für ein Auge. So, wie es weitergeht in der nächsten Folge, hier bimmelt das Telefon. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!